Hallo ihr Lieben, einen wunderschönen guten Abend. Ja, ich hoffe, ihr habt einen tollen Samstag gehabt und es geht euch gut. Das würde mich sehr freuen und ich freue mich, dass ihr jetzt hier seid auf meinem YouTube-Kanal himmlischebotschaften.de. Mein Name ist Christel Weiß. Alle Neuen, ich bin Psychotherapeutin, Therapeutin für systemische Ausstellungen, Meditationskursleiter und auch Hypnose-Therapeutin und schon ganz lange spirituell-psychologische Lebensberaterin. Ja, mein Werdegang, sicherlich noch einige weltliche Berufe und da ist eine ganze Menge Wissen da. Und was ich euch hier vermittle, ist nicht nur die psychologische Seite, nein, auch eine ganze Menge Lebenserfahrung. Von mir ist es auch Berufserfahrung, ja. Aber ich denke mal, das ist ein ganz guter Mix, weil mir wichtig ist, dass ihr nicht nur den Fokus auf das Thema habt, das Gegenüber habt, in welcher Situation ihr auch gerade immer steckt, sondern auch auf euch habt und auch bei euch bleibt. Das ist mein Wunsch. Es geht dabei nicht immer nur um Beziehungen. Das kann auch in anderen Situationen in eurem Leben so sein, dass da der ein oder andere dann euch in euren Themen triggert. Und dann stecke ich da dann schon wieder in der Situation und muss hingucken, was da jetzt gerade in mir hochkommt. Was für ein altes Thema, für alte Gefühle, was auch immer, die da beachtet werden wollen oder mal angesehen oder gefühlt werden möchten. Gut, jetzt mal kurzer Umriss, was ich so tue oder was der Zweck meiner Arbeit hier ist. Ja, sicherlich auch Berufung, Leidenschaft, Liebe. Ich denke, das bringe ich aber, glaube ich, ganz gut rüber, dass das auch dabei ist. Gut, ich freue mich, dass es euch gibt. Ich freue mich, dass ihr hier seid bei der Reisegruppe der Sternschnuppen, die hier schon einige Jahre mit mir unterwegs sind in dieser Reisegruppe. Und ich bedanke mich ganz herzlich für eure Treue, euer Verständnis, euer Hinter-mir-Stehen. Ich finde euch toll, schön, dass ich diese Community habe. Und ich bedanke mich recht herzlich. Ja, jetzt aber hierzu. Und hier haben wir unschwer zu erkennen den Herrn der Schöpfung. Für die Herren sind es die Damen, für die Damen sind es die Herren, für Gleichgeschlechtliche das jeweilige Gegenüber. Wir gucken hier jetzt wie immer auf die Ist-Situation Zukunft, gegebenenfalls auch in die Paarlegung. Und dann werden wir sicherlich hoffentlich feststellen, wie hier diese Person jetzt gerade drauf ist, wie du in seinem, ihrem Leben erscheinst, wo es dann eventuell mit euch hingehen soll. Das würde ich jetzt hier, oder darum würde ich jetzt bitten. Und ich bitte an dieser Stelle auch immer den Erzengel Michael im Schutz für diese Seelengruppe der Sternschnuppen, für mich, für dieses Reading und mögen hier jetzt die Karten fallen, die uns dein, euer Herzblatt ein bisschen näher bringen. Gut, die Karten kennt ihr, die ich da immer verwende. Das sind die Lennys mit der blauen Eule hinten drauf, mit dem Skatblatt vorne. So, dann schauen wir mal, plötzlich. Mal gucken, was der Herr hier mit der Beziehung macht und seinen Gefühlen. Im Moment macht er dicht. Der will gerade nicht reisen, kann nicht reisen. Mach dich Gedanken um die Arbeit. Hätte da gerne Veränderungen. Jo, mal gucken. Da, wo es blendet, sind die Sterne. Hier ist der Fuchs, da sind die Gespräche. Weiter links die letzte Karte. Darüber liegt der Neuanfang. Mal gucken, ob man das hier noch rumrutschen kann. Nicht so ganz. Gut. Der hat also die Arbeit vor sich liegen. Der hätte gerne Veränderungen, macht sich da recht viele Gedanken, auch über Veränderungen in seinem Leben. Wenn er in deine Richtung unterwegs wäre, denn hier liegt die heimliche Liebe auch die Liebe seines Lebens, dann müsste er in viele Veränderungen gehen, worüber er sich ziemlich offensichtlich im Kopf macht. Denn die Gedanken liegen hier. Die führen noch nicht so ganz wirklich so zu den Ergebnissen. Im Moment liegen da noch ziemlich die Unklarheiten drauf. Er hat wieder eine Einladung im Kopf. Möchte gerne zu dir reisen. Das ist die Gefühlsebene. Das ist ziemlich offensichtlich. Da hat er gerade nur nicht so die ganze Klarheit, wie das hier mit euch weiterzugehen hat. Hier ist auch die Begegnung. Wie gesagt, im Moment klappt das irgendwie nicht. Die Reise auch nicht. Aber ziemlich offensichtlich ist er in deine Richtung unterwegs. Ihr habt auch Kontakt. Denn das sind im Moment die Eckkarten. Du die Veränderung. Und harmonische Gespräche. Ja, also da sind auf jeden Fall Kontakte da. Aber der Herr ist im Moment im Rückzug. Hat hier auch so ein bisschen die Krankheit bei sich liegen. möglich. Vielleicht ein bisschen die Psyche, so wie es im Moment aussieht. Nimmt hier hämopathische Mittel. Vielleicht hat er sich auch irgendwie was mit seinen Gelenken. Hat er irgendwas mit seinen Gelenken. Die liegen auch noch daneben. Jo, also ein bisschen darf er noch. Er kann im Moment nicht reisen. Wird sich sicherlich aber auch wieder ändern. Dann sind ja häusliche Veränderungen drin, über die er nachdenkt. Aber gut, das sind noch Gedanken. Es ist noch nicht Umsetzung. Denn er hat hier unten die Entscheidung, die hier noch blockiert ist. Da ist also noch nicht das letzte Wort drüber gesprochen. Das betrifft sicherlich auch dich. Weil es geht hier um die Liebe, die in deine Richtung geht. Er weiß, er müsste Entscheidungen treffen. Er ist manchmal nicht ganz ehrlich. Höchstwahrscheinlich gegenüber dieser Dame. Und hat die vielleicht auch einen Freundeskreis, den man besser mal aussortieren sollte. Kommen dann wieder immer zu Neuemahl dazu. Diese Konstellation kann Mutter sein. Die hier jetzt nicht negativ ist. Die kann sich durchsetzen. Ziemlich offensichtlich, würde ich jetzt sagen. Ansonsten weiß sie auch, was sie will. Dann haben wir hier den Vater. Er hat hier gerade eine Aufgabe in dem Bereich, was er hier zu klären hat. Und ja, da wird sich natürlich mit auseinandergesetzt. Da hat er ein ziemliches Thema hier mit seinem Vater. Da ist vielleicht nicht so wirklich die Nähe, die Liebe da gewesen, weil der Herr hier auf Distanz ist. Da ist Blockade da und da hat das eine oder andere nicht so ganz stattgefunden an Nähe. Vielleicht sind die Eltern auch getrennt. Das ist natürlich möglich, dass da das nicht ganz so war in seiner Kindheit. Auf der anderen Seite kann diese Dame natürlich auch noch da sein, ist im Moment sehr angespannt, löst sich wieder, hat ihn im Kopf und glaubt hier irgendwie, ihn recht sicher zu haben, würde ich jetzt sagen. Hier, die Dame ist aber auch sehr freiheitsliebend, ein bisschen oberflächlich, lebt also auch so ihrs mit ihren Freunden in der Freiheit, hat ja auch nicht so ganz die richtigen Persönlichkeiten da um sich herum. Ja, und wie gesagt, vielleicht gibt es auch einen Papa, der jetzt nicht ganz gesund ist. Es ist auch möglich, dass die beiden sich da Gedanken drüber machen. Wäre auch noch eine Möglichkeit. Ihr merkt schon, ich sage das bewusst, weil wir sind hier in einer allgemeinen Legung und da kann ich die Karten natürlich auch mehrfach deuten. Das ist mit denen hier möglich. Ja, und ihr werdet wissen, was da zu euch passt oder nicht und womit ihr in Resonanz gehen könnt. Ich spiele darum auch so ziemlich fast alle Möglichkeiten durch. Ja, das mal zu den Legungen, persönliche Legungen finde ich logischerweise ein bisschen anders statt. Gut, wir haben die Liebe aber bei dir liegen. Und auch wenn hier eine Bindung ist, vielleicht weil es auch Kinder gibt, das ist auch eine Möglichkeit, muss nicht, kann sein, ist hier aber noch keine Entscheidung gefallen, er verdrängt sie ja. Er macht sich zwar seinen Kopf, ich will nicht sagen, der Herr ist oberflächlich, so kommt er nicht rein, denn vor ihm liegt ja, dass er sich Gedanken macht, was wäre, wenn er auszieht, vielleicht auch in die Trennung geht und seiner Liebe zu dir folgt. Er würde dich hier gerne wiedersehen. Du bist hier ihm nicht gleichgültig, sonst würde hier die Liebe sicherlich nicht liegen. Ja, ansonsten Arbeit, ja wie gesagt, er hat sein Geld da, das geht auch wieder in positive Veränderungen. Vielleicht arbeitet er auch im Gesundheitsbereich, ist er auch möglich, kann sein, dass er hier auch irgendwo so einen Kollegen hat oder Vorgesetzten, der nicht so ganz einfach ist und darum er sich da vielleicht Gedanken macht über Veränderungen. Er liebt seine Arbeit, aber da ist halt irgendwo noch so ein bisschen die Unentschlossenheit da, mache ich jetzt was anderes oder mache ich nicht was anderes. Ja, das ist im Groben und Ganzen das, was jetzt in seiner Ist-Situation liegt. Wir gehen jetzt in die Zukunft und dann schauen wir mal, was ich da zeigen soll. Wir gehen jetzt in die Zukunft und dann schauen wir mal, was ich da zeigen. Also dieses hier sind jetzt meines Erachtens nach schon Eltern. Hier würde ich jetzt nicht sehen, dass das momentan eine Ex ist. Aber auch wenn, geht diese Sache hier, ist diese Sache eindeutig vorbei. Gut, dann wollen wir mal gucken, was jetzt hier reinkommt. Ich versuche mal, das alles hinzukriegen. Das Ganze funktioniert jetzt nicht. Du liegst hier unten. Letzte Stelle, hier ist das Geheimnis, hier ist der Mond, da ist es die Entscheidung, also die Wege und hier haben wir das Kleeblatt. Ja, also momentan ist hier ziemlich Umbruchstimmung gerade. Er hat hier Trennung im häuslichen Umfeld liegen. Und das bist nicht du, hier liegen nur bei dir positive Karten. Der hat hier also ein ziemliches Thema. Wie gesagt, die Konstellation ist durchaus auch Elternpart, weil da die Linie liegt. Das deutet immer darauf hin, dass das Familie ist. Und hier sind halt Nachrichten, ja, da ist das eine oder andere dann nicht so ganz angenehm. Und wir reden da jetzt vielleicht nicht unmittelbar wirklich mit Ihnen, weil wir hier diesen Gesprächen im Moment eher aus dem Wege gehen. Denn da hat hier im Moment auch keine Gespräche liegen. Ja, wenn es denn eine Ex wäre, wie gesagt, wir haben hier im häuslichen Umfeld eine Trennung. Denn die Dame hat jemand anderen. Wenn, dann hätte der sicherlich auch den Sex im Kopf. Und hier geht es scheinbar noch irgendwie ums Geld. Gut, müssen Sie klären. Ist Ihr Thema, scheint ihn momentan noch zu beschäftigen. Sonst wird das da nicht an erster Stelle oder in den ersten drei Reihen liegen. Ja, hier nochmal Freunde, die nicht so koscher sind, die man da durchaus mal entfernen darf. Ansonsten die, die er hat, den einen oder anderen, das ist okay. Die gibt es auch schon recht lange. Und da hat man dann auch welche, die hinter einem stehen. Finanzlage ist hier okay. In der Treue, im Wachstum sehr positiv. Also da dürfte es jetzt nicht das Thema geben. Bei dir liegt die Beziehung, das Glück. Du liegst hier. Und da liegt noch ein bisschen das Geheimnis. Und eine Entscheidung, die hier fällig ist. Und die sollte nach den Tendenzen jetzt kommen. Hier ist die Liebe seines Lebens mit einer Entscheidung, das Glück in der Beziehung zu dir, noch das Geheimnis, aber die Entscheidung kommt. Hier kommt auch eine positive Begegnung. Und hier ist auch eine positive Begegnung. Hier ist wieder eine liebevolle Begegnung. Hier sind viele Begegnungen. Also von daher ist der Bereich, der hier unten liegt, bei dir sehr, sehr positiv. Das bedeutet natürlich auch, der Herr hat jetzt erstmal seine Themen da ab und auf zu klären, die ihn hier ziemlich offensichtlich beschäftigen. Was hier eben, wie gesagt, durchaus den familiären Bereich betreffen kann. Kann auch eine Mutter sein, die sehr dominant ist, ist möglich. Oder eben eine Ex. Aber hier würde ich jetzt sagen, da ist keine Liebe mehr. Man hat sich auseinander dividiert. Die Dame hat jemand anderen. Und wird da ihre eigenen oder andere Wege gehen. Ja, das ist hier ziemlich eindeutig, sehr klar. Ich brauche jetzt hier nicht mehr auf Paarlegung klären. Der Herr Weißwasser will, der hat hier unten die Entscheidung, bereits liegen in deine Richtung. Wir können trotzdem mal mit den Tarotkarten da reingehen. Licht und Schatten von Chris N. Mal gucken, ob die das Ganze hier jetzt auch noch bestätigen. Aber wie gesagt, das sieht gut aus. Wir haben alle mal unsere Themen auch zu Hause. Das wissen wir. Und müssen dann da eben mal durch, wenn uns das da belastet. Er hatte ja auch häusliche Veränderungen liegen. Vielleicht muss er da auch noch ein bisschen aufräumen. Das ist natürlich auch möglich. Er liebt dich, ziemlich offensichtlich. Die Karte ist gefallen. Er will zu dir, auch wenn das hier vielleicht eine Zeit lang so ein bisschen teuflisch zugegangen ist. Ja, dass nicht hier natürlich auch so ein bisschen der Vordergrund, die Sexualität, die Anziehung, die Leidenschaft war. Aber gut, er hatte ja den Absprung geschafft und hat sich hier getrennt. Das ist ziemlich offensichtlich. Wir haben hier den Pagen der Münzen noch, der uns hier letztendlich gesehen natürlich auch sagt, dass es hier in positive Veränderungen geht. Du wirst positive Nachrichten erhalten. Hier gibt es jetzt wirklich Veränderungen zum Positiven. Du kriegst auch eine Liebeserklärung, ein Kompliment von dem Herrn. Und ja, da möchte jetzt jemand wirklich zuverlässig, verantwortlich, bewusst mit dir weiter und hier auch in Veränderungen kommen. Denn wir haben das ja hier auch liegen, die Veränderungen, die momentan vielleicht noch nicht ganz der richtige Zeitpunkt sind. Aber wir haben hier die Entscheidung in der Liebe. Ja, also wenn man das nehmen will, hier sind natürlich auch noch so ein bisschen Ängste da vor den Veränderungen. Die Karte ist jetzt also nicht unbedingt nur als falsch anzusehen oder Ähnliches. Das würde ich jetzt im Moment nicht so sehen, dass das hier Lügen sind. Also Betrügen sicherlich ja. Ja, die Lüge liegt ja auch so ein bisschen im häuslichen Umfeld. Egal, wer das jetzt von den beiden ist, ob er das ist oder die Dame, die er hier hatte. Da war ja der eine sowohl als auch der andere nicht ganz ehrlich. Aber darum trennt man sich da jetzt auch, um ja auch neue Wege jeder für sich selbst zu gehen. Und der wird hier auf dich zukommen, wenn er hier die ersten drei Reihen in seinem Kartenbild, die noch ein bisschen nach Blockade und Veränderung und Unsicherheiten, Umbrüche aussehen, hinter sich gebracht hat. Ja, wir haben hier aber den Löwen und das Lamm. Also hier ist eindeutig die Kraft jetzt da, aber auch, dass diese Kraft gebündelt wird. Diese Kraft ist etwas, was jetzt positiv ist, weil er hier letztendlich gesehen ja in die Veränderungen will. Klar, haben wir da noch so ein bisschen die Ängste, die ja hier auch schon liegen, aber er folgt seiner Intuition, seiner Seele, seinem Herzen, dieser Liebe, um mir jetzt auch wirklich in das Glück mit dir zu gehen, also auch da anzukommen, das jetzt auch zu leben. Und von daher ist es hier wichtig, dass wir mit dieser Karte, drei der Schwerter, also diese Entscheidung treffen und in die Trennung gehen, auch wenn es vielleicht mal ein bisschen stressig wird. Aber diese Trennung, dieser Konflikt, manchmal ist Trennung kalt, manchmal auch nicht einfach. Aber das gilt es jetzt hier durchzustehen, um das Ganze natürlich letztendlich gesehen auch in Veränderungen zu bringen und da nicht wieder mittendrin irgendwo unter Umständen stecken zu bleiben. Ja, wir haben hier die 9. Kirche, die natürlich hier ganz glücklich ist und voller Glück in die Luft springt. Man sieht es ja, sie ist hier im Licht, die Dame, die da springt. Also hier geht es jetzt wirklich darum, in das Glück zu gehen und dieses Glück auch zu genießen, um hier auch gemeinsam weiterzugehen. Sicherlich auch, da es hier die Kälte, ich bin jetzt im Moment, war jetzt gerade bei den Mündeten, Entschuldigung. Nein, es sind die Kälte, die ja sowieso dahin gehen, dass es hier um die Gefühle geht. Also wir gehen hier jetzt wirklich in die Liebe, wir wollen in die Zukunft, wir wollen hier eine neue Phase einläuten, die jetzt hier mit Zufriedenheit, Wohlstand, Liebe, Glück in eine sehr positive Zeit gehen wird. Ja, und dann haben wir ja noch schließlich und endlich auch noch die 4 der Münzen so und die sagt nichts anderes. Er, ihm ist klar, wen er liebt und wer ihm wichtig ist und er hat die Schätze deines, seines Herzens erkannt, möchte mit dir weiter und sicherlich auch im Wohlstand, damit man das Leben dann hier auch gemeinsam genießen kann. Ja, und da ist ziemlich offensichtlich noch jemand davon überzeugt. Denn der Hierophant, der deutet darauf hin, dass da jemand bei sich angekommen ist, ins Vertrauen geht. Jetzt diese Schritte wagt seiner Wahrnehmung, seiner Intuition, seinem Bauchgefühl, folgt und sich auch hier jetzt mal führen lässt von den Dingen, die manchmal nicht greifbar sind, hätte ich jetzt fast gesagt. Aber er hat die innere Sicherheit, er hat das Vertrauen, dass das jetzt alles dahin geht, um jetzt hier auch dieses Glück, diese Liebe, denn da ist ja ganz viel Liebe da und ganz viel Licht, auch jetzt zu leben in der Erfüllung und in der Bereicherung. Ja, also wir haben hier mit den Karten nochmal die Bestätigung, auch wenn hier noch ein bisschen aufgeräumt werden muss. Alles braucht halt seine Zeit, geht nicht im Hauruck-Verfahren und wenn du das selbst erst mal auflösen will und lässt dich ein bisschen außen vor, ist das auch nicht negativ. Das heißt, nicht erstell dich an der Seite und vergiss das. Manchmal ist es sinnvoller, das zu tun. Also ich bin auch Rechtsanwalt der Fachangestellte, weil wer da durchgeht und muss sich scheiden lassen oder lässt sich scheiden, das ist manchmal schon ein Rosenkrieg und dann ist das nicht ganz einfach. Und das solltest du vielleicht gar nicht alles abkriegen. Er möchte dich davor bewahren. Ja, und dann braucht das halt manchmal alles seine Zeit. Und dann darf ich bei mir bleiben und dann sollte ich ihn tun lassen im Vertrauen, dass da das kommen soll, was jetzt kommen soll, darf, damit ihr beide hier glücklich seid. Ja, ich hoffe, ich konnte euch jetzt noch ein bisschen was mitgeben für eure Beziehung oder da, wo ihr gerade selbst steht. Ich danke für eure Zeit, dass ihr hier wart bei mir und ich wünsche euch sicherlich genau das. Den tollen Entwicklungsweg, die Erfahrungen und Erkenntnisse, die Wahrheiten und Weisheiten, die ihr erlangt auf eurem Weg. Ich wünsche euch das, den Weg, der euch in eure Freiheit bringt. Alles Liebe, alles Gute und noch ein schönes Wochenende. Bis dann. Bye, bye.